Das, äh, das, das lief nicht so gut. Alter, Alter. Manik hat mir doch so eine Mühe hier mit der Decke. Scheiße. Ah, okay, Ashley. Ashley. So, dann schauen wir uns mal um. Oh, krass, Alter. Oh, Mann. Oh, wie, wie ging das denn? Ach so, in dem wollen wir wahrscheinlich ja nichts machen, oder? Genau. Er wird mich mal kurz herrlich. Er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir nicht über seine Schwestern reden sollen? Nee, hättest du ja nicht machen sollen. Ich will doch hier. Ja, aber nicht so. Ja, man hat auch verzüßet. Vielleicht war das echt zu viel. Warum haben die eigentlich immer noch kein Licht wirklich da? Weil das alle die Idioten sind. Weil wirklich, ich kann es nicht anders sagen, weil das sind Deppen. Irgendwie, warum da mal keiner irgendwie eine Sicherung einschaltet. Was ist, was ist... Also, bin ich mal aufregen. Da könnte ich mal aufregen. So, warte mal. Was war... Nehmen wir hier vorne noch mal hin? Ja, ich würde noch mal gucken hin, ne? Also, wenn es da so aufleuchtet. Vielleicht ist der Loot. Genau. Das ist Loot, Alter. So. Die Dinger sind jetzt hier. Oh, Jojo. Na, sag mal. Oh. 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 Oh, Chris. Oh mein Gott. Alles okay? Ich glaube schon. Da. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Ein Knopf. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich es draufdrücken? Push the button. Dafür sind Knöpfe da, denke ich. Ist auch so, ey. Wirklich. Frage in den Chat. Würdet ihr jetzt den Knopf drücken? Auf gar keinen Fall. Stevie ist wieder so einer, der würde direkt hinrücken. Oh, Knopf. Oh, boop. Oh, geil. Magische Anziehungskraft. Oh, Moment mal. Mit dem Knopf drücken. Tatsächlich, also ja. Ich, äh, ja. Ja. Bei mir kannst du tatsächlich so ein großes Schild hinpacken. Irgendwie. Auf gar keinen Fall. Niemals. Nie, nicht. Nie, 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 nie. Diesen Knopf drücken. 30 Sekunden. Dann hätte ich das Ding gedrückt. Knöpfe sind da, um gedrückt zu werden. Jojo. Oh Gott. Wir sind Knopfatzen. Vor allem in so einer Gruselbude. Ey, meine, für die ist der Klubik noch... Naja, okay. Die haben jetzt die Witcher-Party... Quatsch, nicht die Witcher, die Witcher-Board-Party gemacht. So richtig gruselig ist der Klubik bei denen noch nicht. Außer, dass sie jetzt halt natürlich so mit der Kerze rumrennen. Ach komm, ich drück den Knopf. Was soll das? Ich drück den Knopf. Ich tu es. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Er ist gedrückt. Ist der Panikraum? Ist das da Blutrasen? An der Scheibe? Da war Blut? Ja, das wirkte so, als wenn da so ein... Jetzt ist eine Speer da. Scheiße, hätten wir jetzt noch was anderes machen können jetzt hier gerade? Hätte sich hier irgendjemand drastisch verletzen können? Okay. Tja, na denn... Ach du Scheiße. Ach, iiii, iiii. Das war geil. Das ist ja schön. So eine fette Spinne hier vor der Kamera. So, was haben wir denn? Finden wir hier vielleicht ein Totem? Nachher, ein Foto von den beiden Schwestern. Hannah und Montana. Hinweis entdeckt. Portrait-Foto. Turn around. Oh, warte mal, da hat Musik aber hier. Moment, Moment, Moment. Ich werde die holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre, 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Hannah und Beth gewartet. Mua. Mua. Oh, ich mag mein Go-X-R. Oh, und Benni? Äh, bin ich das überhaupt? Äh, wenn ich das bin, äh... Bin ich ehrlich. Dann bist du da... Schön, Benni, das ist so ein Situationskomit. Ja, schön. Da bin ich ehrlich. Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist, äh, eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Hoffe, die sterben auch echt jetzt, Dave, also. Der will einfach nur alle sterben sehen. Oh, der gibt halt Leute, die wollen die Welt einfach nur brennen sehen. Echt? Die finden ihn eigentlich ganz sympathisch. Aber ich glaube auch, dass sie der... Also der Idiot wird sterben. Also jetzt... Hat jetzt nichts irgendwie mit irgendwelchen Wehenspielen zu tun, sondern ich glaube, der... 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 Der Spaßvogel stirbt. In jedem Slasher-Movie irgendwie. Und ich glaube, die kleine Maus hier... Ich glaube auch nicht, dass er es schafft. Ich wünsche dir natürlich nicht. Ach du Scheiße. Jetzt ist die eine Tür wahrscheinlich aufgegangen, die vorher verschlossen war. Ja. Was war das? Hm. Ich klicke hier noch links und rechts irgendwie. Das ist aber eine schöne Nische. Okay. Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Henna und Bethlea? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Das ist wirklich beschissen. Das ist doch nicht mal... Ansatzweise irgendwo... Oh, warte mal hin. Komm mal, was ist das hier? Warum knopf ich mich... Ah, nee, eine Tür. Na ja, rausziehen können wir nicht, oder? Oh, schöne Beschläge. Aber nein, sie ist verschlossen. Sie ist verschlossen. Noch. Also, ähm... Ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Äh... Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie... wie eine Warnung. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe... Warte, 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 warte. Welcher Kerl? Der, der die Washingtons bedroht hat. Äh, er hat gesagt, der will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Äh, und da war der irre Psycho-Brief. Chris? Denn das deiner Art ist, mich aufzumuntern. Bist du gefeuert? Wir wollten alle überleben lassen, Steve. Genau, richtig. Okay! Ashley! I'm coming for ya! Ach, scheiße. Ja, komm. Ach, komm zuerst noch. Ach, hier, und er hat seine Brille verloren. Nein! Wer ist er, Alter? Das ist der Machetenmann? Er ist auf jeden Fall mit Vader verwandt. Der gute Hausmeister, von dem gesprochen wurde? Nee, Darth Vader. Ach so, also er könnte auch der Hausmeister sein, ja. Wir hatten noch in irgendwelchen Zetteln... Nein, das ist der, von dem er gerade gesprochen hat, der halt ihm quasi die ganze Familie bedroht hat. Ach, spielen wir ihn jetzt? Oh, verbreiten die nicht die Handschuhe. Sieht aus wie Schweißerhandschuhe oder so. Ach, schön hier! Es wird immer gemütlicher bei ihm. Ich zeige dir jetzt ein paar Menschen, die du ganz gut kennst. Bilder von Menschen, die ich gut kenne. Ach Gott, soll ich die jetzt bewerten? Ja. Was hat die denn für ein Riesenstift? Das ist ja... Hallo, Hashtag ab 18, mein Freund. Es gibt auch Leute mit Riesenstiften, ja. Das ist halt ein dicker Füller. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Die Antworten sind von Bedeutung. Es ist auch schwer, so ein Leben mit so einem großen Füller zu haben, Bänken. So, ich mag Sam am liebsten, ich mag Josh am liebsten. Oh, schwierige Entscheidung. Na, ich muss... Also, ich find Sam cooler. Echt? Ja, na, findest du Josh Becher? 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 Ähm, ja, also... Sam ist mir irgendwie... Weiß ich nicht. Hallo, die ist mit der Klitschko zusammen gewesen. Ja, aber die ist doch... Die ist... Das war doch die, die... Weiß ich nicht. Die baden wollte. Die wollte einfach nur baden. Ja, aber... Nee, also... Das ist deine Entscheidung. Naja, es ist... Komm, Chat, haut's mal raus. Wem findet ihr besser? Ja, also... Josh oder Sam, also Sam... Weiß ich nicht. Wieso, guck mal, Dave ist für Josh. Aber Dave ist auch... Also, Dave, weiß ich nicht, ob auf Dave hören sollten, weil er schreibt auch... Ich? Wäre ich für mal alle Josh cooler? Ja, siehst du, Josh, Josh. Ich mag beide. 257 macht mehr die Schweiz. Ich mag beide. Mädchen und Horrorfilmen sind immer nervig und zickig. Aber ich glaube, sie ist, sie das überleben wird. Irgendwie rein von vom Charakter her. Meinst du? Naja, für sie ist tatsächlich die Coole... Na, nicht die Coole, aber sie ist halt irgendwie... Sie ist so eine typische Chili darin, die... Nee, das ist Ashley. Das ist hier... Jetzt sag mir nicht, das ist Ashley. Ashley ist die... Nee, Jess. Jess war die klassische Bitch. Achso. Ich hab die gerade mit Jessica verwechselt. Okay, sorry. Okay, gut. Ihr wollt Josh, ihr kriegt Josh. Josh. Wir sind immer für Josh. 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 Und weiter, bitte. Das ist ja wohl... Muss ich wirklich noch fragen, aber ich will von euch lesen. Nicht, dass es halt... Hä? Nee. Wollten wir aber nicht. Wir wollten eigentlich... Also Emily ist ja die... Die andere Person. Die ist ja... Die Ex von... Matt. Nee, nicht Matt, sondern von... Wie ist denn er? Brett? Matt? Schmatt? Matt ist ja hier aktueller Freund. Aber der ist zum Beispiel viel zu lieb für die. Ja, also der ist viel zu gut, viel zu gutherzig. Und ja... Also Emily ist so eine kleine Bitch. Ja, es geht nicht darum, wer als erstes überleben wird, sondern wen du lieber magst. Ja, ja. Na, dann ist halt Matt. Das ist klar, ne? Irgendwie. Aber das liegt ganz allein an deinen Quicktime-Events. Also bis jetzt hab ich tatsächlich alle gepackt. Irgendwie. Aber ich find's auch schön, was Jojo schreibt, wenn Emily und jemand anderen zur Auswahl steht. Immer jemand anderen. B. B. Oh, jetzt hier Chris oder Ashley. Da würde es mir echt schwer fallen. Wobei eigentlich nicht. Aber ich will jetzt auch keinen beeinflussen hier. Sag mal, was deine Intention ist irgendwie. Also ich hätte als Präferenz, weil... Ja, weiß ich nicht. Chris ist so... Ja... Ist so ein Mitläufer, der gerne irgendwie jeden Spaß von den anderen irgendwie mitmacht. Auch wenn es auf seine eigenen Kosten geht. Und Ashley mag ich eigentlich eher, weil sie die... Ich weiß nicht. Sie ist einfach schüchtern, zurückhaltend. Fällt mir besser als dieser Chris. Gut. Ich nehm auch Ashley, aber nur, wenn der chattet so will. Nein. Ne, tatsächlich, ich bin da ernst bei dir, Benny. Irgendwie. Also ich find, Chris ist... Weiß ich nicht. So, und jetzt, last but not least, Mike hieß er. Mike, ja genau. Ja, also hab ich auch eine ganz klare Tendenz. Muss ich sagen, irgendwie. Also ich einfach Mike, weil Mike so schöne Haare hat. Aber du musst lachen. Weil jetzt so verträumte Augen sind für logischer... Also, nicht logischer, aber alle sind für Mike bis jetzt. Naja, ist ja wirklich ein Wunder. Jessica ist auch wirklich... Ich meine, gut... Ich hab die vorhin mit Sam verwechselt. Wirklich. Also Jessica, ja, die ist so... Es ist halt... Ja, weiß ich nicht. Es ist auch... Die spielt sich selbst was vor und ist so ein ganz schlimmer Teenager-Charakter, finde ich persönlich. Also in Schülter liegen auf jeden Fall Welten dazwischen. Zwischen der Jessica und der Sam. Ja, die Sam ist wirklich eine Frau, die im Leben steht. Und die wirklich... Die wirklich um ihren Platz gekämpft hat. Ja, und die Jessica, die hat alles bekommen. Alles so in den Arsch gesteckt. Die blöde Kuh. Mike ist halt. Hier ist Mieke. So, Jessica ist doch ihr weg, oder? Ja, tatsächlich, ja, Mieke. Aber... Okay, oh, geht noch weiter. Haben wir noch mehr? Ja... Ja, ist klar. Kratzer. Ja, gut, okay. Da ist natürlich klar, ne? Also ganz Jojo-like, ne? It is ah. Swim. Oh. Chris oder Jessica. Da würde es mir zum ersten Mal schwer fallen. So eine Entscheidung zu treffen. Also ich mag Chris tatsächlich mehr als Jessica. Irgendwie war Jessica, finde ich bis jetzt komplett unsympathisch. Ja, stimmt auch wieder. Ja, Chris. Chris wird auch hier im Chat geschrieben. Also Chris, Cross the Maker. Chris, Cross. Ja, ja. Der hat aber auch ein Gesicht. Jetzt sag mir. Bei diesem Spiel, das du so bei Flüssen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Am wenigsten? Am wenigsten? Ja, auf jeden Fall. Also wen von den beiden magst du am wenig? Oh, das wird jetzt schwierig. Ja, nee, ich glaube, das ist nicht schwierig. Oder? Also bis jetzt... Also es ist Pest und Cholera, ne? Aber sie ist noch ein bisschen nervervierendig. Ich liebe diesen Gänsefleisch-Aktent. Gänsefleisch mal bitte. Klingt das nicht ein bisschen nach? Ich finde, er ist so ein vertrauensvoller Therapeut einfach. Ich würde mich auch so wohl fühlen bei ihm. Ja, dann möchte ich auf jeden Fall ihn in meinem Kopf haben. Das ist halt einfach... Also irgendwie möchte ich mich auch mitteilen. Ja, auch weil er einfach ganz tolles Interieur hat. Was bisher geschah. Mike ist nicht zum Stich gekommen. Was ist das? Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hat eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Achso. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Oh mein Gott! H. H. Hey, Kloch. H. 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 M. 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 Jetzt ist man gar nicht so viel, ob der überhaupt Munition drin hat. Irgendwas. Aber nicht noch Mike. Mike ersticht ihn damit. So, links oder rechts. Abkürzung nehmen. Ich will erstmal kurz den Weg folgen. Abkürzung war mir vorhin schon. Weiß ich nicht. Oh. Oh. Ich kann nirgendwo anders hinziehen gerade. Man, guck doch hin, wo sie... Ich kann mir nichts machen. Ich kann mir nichts machen, bitte. Hat er, hat er. Und der TVR ist natürlich weg, ist ja klar. Lampe ist weg. Schön. Er kann nur alles aufheben, guck mal hier. Oh, guck mal, hat er, hat er. Entgegen jeglicher Spielregeln ist alles noch da. Oh. Ja, Fokus, Stevie. Fokus. Ja, ich bin fokussiert. Slide. Ah, da ist er. Ich hab schon mal alle paar Tour-Videos gesehen auf Eurosport. Balancieren, springen. Ich springe. Oh. Oh, okay. Sportlich, sportlich. Naja, hat ja auch einen Nicky nur an. Das ist ja so ein bisschen, äh, ist jetzt, äh, ein bisschen... Äh, runterrutschen, Weg folgen. Na komm. Slide down. So, John McLean-Style jetzt. Oh, schön. Komm schon, komm schon. Na los, Mikey-Boy. Ja, tatsächlich muss man sich auch selber ein bisschen YouTube reden. Irgendwie. Bei sowas. Ich hab mir ein bisschen Punkt. Ich hab mir richtig recht, ja. Ey, meine, klar, halt, deine Freundin ist gerade irgendwie durch Fenster rausgerissen worden. Also, irgendwie, da musst du schon... Wer, wer auch wirklich un... Also, wer auch wirklich un... Also, wer auch wirklich unbeschwendet hätte, keine Angst hättest. Aber die Frage ist nur, ist die Angst stärker als du? Ich hab's, du hast Angst zu besiegen. Wohin denn? Elevator? Zum Elevator. Nö, wir wissen, wir lov gehen nicht... Aber Jans entspannt die Treppe runter. Jans entspannt. Ich komme. Ich beeile mich ja schon. Oh, warte, 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 wie, wie? Oh, Totem. Vorher, jetzt der Totem. Wolf? Hab ich schon mal einen Wolf gefunden? Nee, ne? Noch nicht. Aber Mike sah ein bisschen ramponiert aus in der Vorhersage. Ja, das war mit dem Erdbeerglas schiefgelaufen. Wir grennen übrigens schon. Also, spaziert? Ist okay. Okay, Jess, wo bist du? Zieh sie da mal runter. Zieh sie runter von diesem komischen Aufzug. Hilfe! Dann zieh sie doch runter. Mann, er ist so ein Hördiener, Alter. Er ist so ein Hördiener. Rall an die Kette. Los. Runterhangeln. Sehr klettern. Was zur Hölle? Ach, was? Mike, rekt mich auf. Was ist das? Was hat jetzt überhaupt geschossen gerade? Weiß ich nicht. Aber kannst du dich daran erinnern, was es manchmal hieß, von wegen, besser ist, auch mal nicht zu schießen? So ein Nachhinein bringt mir das an. Nachher hast du jetzt Ashley einen Headshot gegeben oder so, weil sie runtergeguckt hat. Na, sicher, sicher ist schnell. So, jetzt kommt er mir so ein bisschen Uncharted-mäßig vor. Ich hab unverhältnismäßig viele Quick-Times hier, Benni. Im Gegensatz zu deinem letzten Quick-Time-Spiel. Ich find das schon gut. Also, ich hab auf einer Plattform, die du ja kannst. Komm schon. Komm schon. Komm zu Papa. Climb ab. Jetzt musst du... Du musst da abliefern. Ich steh hier an, die ich gerade noch nie gesehen habe. Die Perspektive... Gibt's auf eine Wand? Das ist doch... Der sah doch gerade aus wie... Äh, wie Ashley. Wusstest du nicht sagen, aber... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich schießen sollen. Ja, ich würde jetzt auch nicht drauf schießen. Tatsächlich. Ne, Mike nicht. Mike nicht, Mike nicht. Gott, verdammt. So einfach würde es nicht sein. Klar, wir werfen es weg, weil wir nicht geschossen haben. Scheiße, ich muss es schaffen. Oh, Quick-Time. Dann, dann. Ist das noch gut? Ja? Ja, trau dich. Nimm die Lampe. Zünde sie an. Ey. Ich raste aus. Warte. Die suchen in diesem Scheißhaus nach einem Streichholz, wenn der aus seiner Arschtasche auf einmal einen Zippo zieht. Ist geil, oder? Ist geil, oder? Das war für Gamesünden. Ich verstehe auch ja nicht, warum wir hier den Robert hier verfolgen und er steht irgendwo in der Mine abhängt. 20 Etagen tiefer. Verletzt. Aber hoffentlich läuft er ihm jetzt erst mal hinterher. Was für einen Quatsch? Mieke, wir rennen. Scheiße. Was ist das für eine Bude? Jetzt. Guck mal, da vorne läuft er. Ja. Oh. Alles so aufregend ist das. So aufregend. Okay. Chrissy kommt zu sich. So, Benni, jetzt kannst du dich schon mal fast machen. Schnelle Deschissens. Deschissens. Kannst du mal schnell Deschissen treffen? So, ich schaue uns um. Ash! Ash! So. Guck uns hier erstmal kurz um. Warum muss ich jetzt eigentlich jedes Mal, wenn irgendwer Ashley sagt, irgendwie habe ich im Hinterkopf drin, Leon, help! Ja, das ist für immer drin jetzt. Das würde dich nie wieder verlassen. Jedes Mal, wenn du Ashley jetzt hörst, los zum Kopf haben. I'm coming for you. Oh, warte mal, das ist noch eine Maske. Ja. Da, gucken wir nochmal nach. Oh, das ist das. Aber wir können leider nicht damit interagieren. Okay. Schade. So, was haben wir hier? Können wir hier irgendwas machen? Wie gesagt, hat er mich letztes Mal schon dazu geäußert, dass abgedeckte Möbel wirklich creepy sind. Ich finde, das klingt unheimlich. Ich weiß auch nicht, wieso. Eigentlich sind sie nicht schlimm, aber ich finde es unheimlich. Einfach unangenehm. Sind wir durch die Tür gekommen? Nee. Oh, mein Teufel! Glaube ich. Oha. Der ist blattern und floh. Alter, wir sollen das wieder wegstreichen können, Alter. Oh, shit, nein. Oh, Gott. Oh, eine schöne Platzwunde. Wollen wir mal ganz kurz warten, dass man mal ein bisschen kurz die Platzwunde sieht. Nicht, dass Ashley's Leben jetzt davon abhängt, aber, äh... Na, komm. Show mir, die Platzwunde. Ja. Macht er nicht? Warum macht er nicht? Schade. Okay, wir sind draußen. Dann gucken wir hier oben kurz. Können wir hier irgendwas? Nee, ist nix. Ist nix zum Inderogieren. Okay, mal treibend unter. Alter, wir sind so entspannt beim Treppensteigen, so. Oh, mein Gott, ich bin in Lebensgefahr. So, und alle jenen auch aus dem Haus raus. Weiß ich nicht, ob der Zeug, das weiß ich nicht. Wir haben dann auch immer ohne Jacke. Also der eine nur im Unterhemd und... Oh, ist so süß, wenn ich jetzt. Ich ziehe da wenigstens ne Jacke an. Mensch, ist doch kalt draußen. Ich würde tatsächlich jetzt den Blutspuren folgen. Sollen wir mal nicht den Blutspuren folgen? Weil das ist natürlich das Spiel wild, dass wir den Blutspuren folgen. Ja, also ich würde schon mal gerne gucken wollen, wo es da hinten weitergeht, wo keine Blutspuren sind. Hier, also... Da ist aber so ein großes X. Ich weiß ja, ob das... Okay, du bist schon drüber. Okay, ach, ist gut. Ach, komm. Wirkt ihr euch den Mutchen. Morgen haben wir eine Blasenentzündung. Das ist so klassische Frauenphänomien. Wir haben halt einfach... Wir sterben dann halt einfach. Den Schnupfen. Ja, Schnupfen. So ist doch hier ein schön langer Weg. Ja, ich hätte auch gedacht, dass der kürzer wäre. Soll ich weiterlaufen oder umkehren? Lass doch mal gucken, wo es hingeht. Gut. Also ich weiß gar nicht, ich steuer echt den überhaupt. Nee, den steuerst du eigentlich. Das ist dein Charakter. Ach, das ist mein Charakter? Weil der steht bei mir nicht auf der Liste. Yes. Hast du mich umgeschrieben? Nee. Oh, dann schreibe ich mir auf Chris. Chris Cross. So, was ist das hier für eine Mitte? Alter, was sind das hier für Höhen hier, Alter? Willst du gleich rein oder willst du rumschauen? Ja, wir können erst mal kurz so dran vorbei und erst mal gucken, was da hinten so ist. Was ist denn das hier im Fenster? Bewegt dich hier so im Fenster? Da bewegt sich was im Fenster? Siehst du das? Ja, so ein bisschen, ja. Doch, doch, ja, ja. Ich sehe einen Schimmer. Ja, ein, ein... Ja. Aber dann, wir gehen trotzdem erst mal dran vorbei. Okay. Ich bin dafür. Aber es cool macht, es cool macht. Wie gesagt, es ist ja schon ein bisschen älteres Spiel irgendwie. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir da noch nicht angekickt habe. Okay, aber hier geht es nicht weiter. Wahrscheinlich müssten wir hier später durch. Mal hier, dann können wir vielleicht irgendwie... Können wir es machen. Okay, schade. Oh, warte mal, hier ist noch irgendwas... Nichts. Nee, wir können nur rinden. Kannst du auch hier nach links gar nicht so? Komplett nach links jetzt hier so runter? Nee, wir probieren mal gleich. Schreibe nicht. Nein, okay. Gut, dann können wir nur reingehen. Können wir aus dem Bild rausgehen. Alter, was? Oh, das ist ein blöde Tuch da hinten. Oh, durch die Unschärfe ist alle graus, als wenn sich da jemand bewegt, ey. Ah, so. Na dann, rein in die Hütte. Hallo? Ach so, das ist ja hier das... Schön. Ashley? Was? Curry, ich schluchze. Alter, was ist denn mit dir für ein Folterkeller, Junge? Okay. Oh, wie? Weshalb? Warum? Ash, ich bin hier. Wo bist du? Ich weiß er nicht. Bist du okay? Was ist denn passiert? Oh, ey. Das ist ein Fallenraum. Ich komme. Ich... Geht einfach... Oh, fuck. Oh, nein. Chris, bist du da? Hallo. Und danke, dass ihr alle gekommen seid. Heute führen wir ein kleines Experiment durch. Einen Test. Und für dieses Experiment brauchen wir die Mithilfe unserer beiden Test-Personen. Mhm. Joshua und Ash. Oh, mein Gott. Aber wir brauchen noch einen mutigen Teilnehmer, der entscheiden kann. Nein, müssen wir uns entscheiden? Ich würde sagen... Nein. Du musst dich entscheiden, Benny. Oh, nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hey, der ist politisch. Bitte. 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 Bitte beruhigt euch alle. Jetzt muss Benny entscheiden. Wer soll überleben? Christopher. Direkt vor dir befindet sich ein Hebel. Vielleicht kriegen wir ja beide. Alles, was du tun musst, ist zu entscheiden, wen du retten willst. Was, wenn ich mich gar nicht entscheide? Sterben denn beide? Nein, Finn. Das kann ich machen. Scheiße, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist nicht mehr. Benny, ich möchte eine Entscheidung. Okay, okay, okay. Alles ist bald okay. Wer soll leben? Oh, mein Gott. Was, wenn ich mich gar nicht? Du lässt mich doch nicht sterben. Ich gebe dir eine Sekunde. Ich kann nicht denken, ja. Benny? Ja, ja. Ashley retten oder John retten? Josh, mein ich. Ashley. Wir retten Ashley. Wir retten Ashley. Ashley, du musst nicht sterben. Ich hole dich da raus. Oh, danke. Bitte nicht. Er ist dein bester Kumpel, Alter. Er ist dein bester Kumpel. Ja, aber dann kommt er zu der Archaeologen. Ich kann es nicht besser erklären. Da finde ich mir nur einen Trin. Bitte, sag mir. Nein, Chris. Oh nein, 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 nein. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Ich dachte, wir sind Freunde. Warum tust du das? Das ist wahr. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Das kannst du nicht tun. Das habe ich dir getan. Okay, okay, okay. Oha, oha. Oha, du. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Was ist denn nicht, Chris? Bitte, sag mir, es geht ihm gut. Bitte. Ich komme, ich hole dich, ich hole dich da runter. Psst, hör auf, bitte. Komm, komm, los, wir holen dich da runter. Komm, wir müssen hier raus. Da bin ich. Psst, wir müssen weg. Josh? Nie. Wer hat denn Josh gespielt? Ach so, das war ja auch echt scheiße. Ja, super. Nur eine Fleischwunde, Pflaster drauf und Jutes. Genau. Oh Gott. Thor 3 im Schaufenster. Alter. Guck mal, die haben gar nichts mitbekommen. Weißt du, die sind hier die ganze Zeit spazieren gewesen wegen irgendwelchen Köpfer hier. Hallo, es ist die Versace-Tasche vom Boulevard Drive. Ich bitte dich. Hat er jetzt einen Anfallung? Bitte was? Irgendwo? Ich verstehe aber nicht, was los ist. Er ist ein Psychopath, so ist er hat eine Säge und es hieß er oder es. Und warum soll ich das machen? Sie hat ihn zersägt, über alles sein Blut durch die Gegend spritzt. Was? Oh mein Gott, Chris, was? Ich hab ihn getötet. Ich, Chris, ich hab ihn getötet. Nee, du hast ihn nicht getötet, irgendwie. Nein, nein, das ist verrückt. Das ist halt schwierig. Das ist halt schwierig, irgendwie, irgendwie. Ja, aber... Hey, wir werden die Sache klären. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Matt, wir müssen sofort Hilfe holen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Chris, sie hat recht. Wer weiß, wer der Nächste ist? Wir müssen hier weg. Ja, ja, das ist das einzig Vernünftige. Dann bleck mal zusammen. Du willst dich doch nur selbst retten. Nein, ich will bloß nichts übereilen und uns am Ende noch alle umbringen. Such du die anderen zusammen und ich hole Hilfe. Mit Matt, ja? Ähm, okay. Ah. Leute, solltet ihr jemals in diese Situation kommen, irgendwie, dass ihr ein Jahr vorher durch irgendeinen blöden Zufall, durch irgendeinen blöden Streich irgendwie einen Freund aus dem Freundeskreis verloren habt. Oder Freundin. Und kommt ein Jahr später nochmal zurück und werdet irgendwie systematisch, Menschlein für Menschlein, irgendwie in dieser Gruppe irgendwie weggemetzelt. Ach du Scheiße. Trennt euch nicht. Bildet eine Gruppe. Gemeinsam seid ihr stärker. Da sind wir wieder. Da draußen wird es ziemlich heftig, nicht wahr? Läuft die Nacht so, wie du es gehofft hattest? Ja, nee. Alles läuft gut. Nein, tut es... Ja, klar, alles. Alles super. Die Frage ist, wer sitzt denn hier? Ähm, weiß ich... Also, wenn wir das jetzt wirklich mal auseinanderklavüstern, würde ich ja behaupten, der Einzige, der von der Truppe quasi eigentlich eine Therapie nötig hat, beziehungsweise benötigt durch die Historie oder durch die Geschichte, wäre eigentlich Josh. Ja, aber Josh kann ja jetzt nicht mehr sitzen. Ja, deswegen. Aber, he, he. Weiß ich auch nicht. Du kannst mir nicht sagen, was ich tun soll. Trenne mich sofort von der Gruppe und rufe laut Hallo. Aus Prinzip. Ja, es... Du musst dir auch keinen Kopf machen, Dave. Die Jungfrauen sterben ja nicht. Die überleben meistens. Entschuldigung. Das war bei mir nicht Spaß. So, also, was ist nun? Läuft es gut oder... Nee, tut es nicht. Ja, also, ich würde sagen, es läuft nicht so gut. Aktuell. Denn? Nein. Tut sie nicht. Astratoba, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Hi. Oh. Ja, was wollen sie? Wer sind sie? Ja, das sind gute Fragen tatsächlich. Was wollen sie und wer sind sie? Es sind... Ja, da ist... Also, ich würde beide Fragen stellen wollen. Aber, ja. Tatsächlich ist es mir... Was wollen sie? Nee, eigentlich... Wollen wir erst mal klären, wer er ist? Ich meine, ist das relevant, wer er ist? Eigentlich nicht. Also, weil... Eigentlich scheißegal. Aber sieht aus wie ein Therapeut. Und irgendwie auch nicht. Sieht aus... Wieso sieht ein Therapeut für dich aus? Keine Ahnung, zumindest... Weiß ich nicht. Okay, was wollen sie? Wir fragen, was haben wir. Oder? What do you want? Psycho-Test. Der hat auch... Psycho-Test. Hast du jetzt vor, dich weiterhin an diesem Komplott zu ergötzen? Ich... Ich beantworte... Wahrheit ziemlich. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Becken überhaupt, dass ich echt bin. Ha. Oh. Das kann natürlich auch sein, dass es einfach so ein... Ne? Naja, von der Umgebung her... Von der Umgebung her ist eigentlich klar, dass er nicht real sein kann eigentlich. Stimmt. Sie sind... Nicht... Real. Also der war so semi-Steve. Du schuldest mir da ja auch noch was. Okay. Okay. Ich habe schon was im Kopf, Jojo. Keine Angst. Ich habe Angst. Sehr gut. Ja, zur stehe. Ich hab es doch nicht mehr... Es wird uns in meinen Augen. Ich hab es doch. Du schuldest mir das? Du schuldest mir doch nicht. Was dich? Du schuldest mir doch einfach.